Jo Leute und Will, kommen zu einem kleinen Video mit meinem knüffigen Hund Gwendoline, oder Gwendie. Ja, was wir da oft zu fressen haben, oder? Ja, und mein Hund, wenn man mit dem in die Hauke geht, mag man sofort auch ein bisschen hoch gehen, auf einen selber. Aber sonst tut sie eigentlich die ganze Zeit nur nach Futter und so, um Zeug suchen und schlafen und gerne spielen. Was sie gar nicht mag, ist sie einfach nur langweilen. Das habe ich auch schon nachgeschaut. Aber was willst du denn immer da hinten? Naja, das war es auch schon wieder mit diesem kleinen Video. Meine Gwendie will ein bisschen raus. Und deswegen... Gwendie, komm nochmal kurz her! Gwendie! Ein sehr interessierter Hund. Ciao!